Ich habe Post bekommen vom Buntbär. Und das will ich jetzt mal kurz auspacken. Da hat er hier was zum Testen gegeben. Oh ja, das ist eine neue Arbeit. Ein Arbeitsbuschkrafter-Set, bestehend aus einer Stichsäge, Holzgriff. Eine Aale, die, wie ich verstanden habe, er selber gehärtet hat. Und einen großen Feuerfunkenstahl. Das Ganze in einer Lederscheide, die man sich auf die andere Seite am Gürtel machen kann. Oder halt in den Rucksack schmeißen kann. Erinnert mich ein bisschen an die Zimmermanns-Werkzeugrollen, die sie dabei hatten. Da hatten sie ihr nötiges Zimmermanns-Werkzeug immer dabei, wenn sie auf Tour gegangen sind. Und konnten somit jedermann aushelfen. Klasse Sache. Super genäht. Ich werde es testen und euch berichten. Ich finde es immer toll, wenn Menschen so eine Art Handwerkskunst sich aneignen. Und dann noch mit zum Stil. Also, danke dir und tschüss. Ich habe Post bekommen vom Buntbär. Und das will ich doch jetzt mal öffnen. Gerade jetzt. Hi.